ja das nützt nichts du musst irgendwas treffen ach komm Freunde das ist doch abartig los ist auch immer wieder in Elton Ring endlich jetzt also die Katakomben oder das unterirdische Reservat der Charme sehe ich mal jetzt als fast abgeschlossen ich habe die Quest mit Dumpfressern nicht konfettig machen können weil mir fehlt eine Saat des Bösen oder die Käse Saat verfluchte Saat sowas ähnliches gut ich weiß noch nicht wie ich das auf die Reihe bringe auf jeden Fall das gibt hier in Farum Azula wahrscheinlich doch etwas Größeres ich bin da also durchgerannt hier sind wir hierher kommen und so bin ich hier gelaufen mit der Anna zusammen Hand in Hand denn da draußen wartet ein ganz fieses großes Ungeheuer ich möchte aber trotzdem noch von vorne aufhauen weil ich glaube ich weiß jetzt gar nicht mehr bin ich da jetzt am Anfang oder ich glaube ich bin von Dokuma oder weil es ewig lange ich bin so ist es genau dort erscheint jetzt ein riesen Drache und das andere Leuchtfeuer ist praktisch am Ende dieses dieser Treppe oder dieses Daches oder was ich fahre mal zu lassen das sieht ja schon ein bisschen da fallend aus ich will bloß mal testen gut das hätten wir jetzt aber ich habe ja dort so ein neues Großschwert gefunden aber es war halt irgendwo da rumgelegen was geben die jetzt da nicht viel okay schweres Großschwert also ich auf 21 und habe da diese Löwekralle neu ne als Asche ist nicht übel momentan kann man mit leben und ja mit Stufe 140 müsste man hier bei dem Drache dürfte ich sagen also wird schon ein bisschen eng würde ich sagen aber alles andere müsste eigentlich müsste eigentlich machbar sein hoffe ich wollte ich jetzt eigentlich gucken ach so war da mal Inventar wo habe ich schon mal Waffe bis ich das jetzt wieder gefunden habe nein das war kein Großschwert Milos Schwert das haben wir schon ja das war ein Schwert aber wir gehen wir mal systematisch vor vielleicht ist das von Blade sollte man aber nicht freiwillig geben ne das war ein Speer konnte sein oder so blitz ajo war es ein Speer Blitz von Grand Sachs das liegt da in Lendell in der Hauptstadt auf dem Bachertruf da hat doch so eine eben so ein Teil wo es so aussieht wie das und da kann man das dann auch sammeln wird mich interessieren weil das skaliert geschickt mit 40 2 26 aber muss sehen so was machen wir jetzt überhaupt würde sagen wir gehen immer erst hinaus zu dem Drache mal gucken ob wir da was was reisen können bei dem damit viel ich wollte jetzt nur mal gucken oh ah ja klar und jetzt gleich da auch so ist mal bisschen sicher da ist er schon ist er das das ist er kein Blitz mache alter boah boah treff ich schnell über auf und dein Leben frau geh über auf was machen wir doch so ich hab den Eudokisch macht ganz schade ok trinkt was Anna wir sind doch näher ran er ist aber auch im bisschen alle immer so groß wow wow ich seht ja mit seinem Ball gegangen Achtung Feuer wow fliegt hoch das wird's eng ja nicht ergreifen wow wow das reicht gerade so und der kann Lebensbalken der Typ ach doch aber der ist wird noch zur Hälfte voll ach ist der Bringer noch neben drauf Achtung er will die schnell uploaden Achtung er will die schnell uploaden wo ist denn Anni wo warfen die rum ich seh die geht da hinne versteht sie sind wir zu weit weg oder was zu weit weg oder was kann natürlich auch sein ich glaube da können wir noch mal neu das kann natürlich auch sein dass sie zu weit weg standen hat mach ja kein schade mit der war was dass die dann da außerhalb war ja ich komme da sag mal ok also das ist zu weit wir müssen da weiter hin oder so wie ich da hergehe das ist die magische Grenze schon ein paar machen wir Licht brauchst kein Licht jetzt Achtung Achtung oh das geht schon gut los ja aber habe es aber es ist es 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 Dann schlag ich mich auf, Bother. Wow! Ich lebe noch! Ich geh mal noch mal, das schaffen wir. Kann ich scheinbar nicht. einen Fussmarkier oder was? Oder habe ich das falsch getriggt? Das kann natürlich auch sein. Die Lampe brauchst du nicht. Ich würde sagen... Ja, zu weit. Scheiß Dreck, doch. Ah! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann scheinbar die Füße nicht magieren. Das war's für heute. Gibt's das her? Ach du Scheiße. Ich mach gar keinen Schaden. Das war's für heute. Oh, das hab ich geblockt. Ist da irgendwas, wo man draufhauen kann? Anni, wo bist du? Oh, Anni ist weg. Oh, nee, Freunde. Ach, komm. Ach, komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 503, das ist zu wenig 900, das ist besser Phoenix, ja Oh, Feuer! Ach, Scheiße, ja Was ist denn, du, hier? Was ist denn, du, hier? Achtung, er fliegt Oh, nee! Oh, den Kettmann kriege ich jetzt Ah, ist wieder ausgewischert Jetzt fliegt er wieder hoch Immer geblockt Oh, das falten, ey Okay, wink noch was Okay Ah, nee, nicht nur der Falle Ah, nee, wo bisschen Ist er runtergefallen jetzt, ne, oder? Wow, 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 uralter Drachen-Schmiedeschein Das ist jetzt schon der zweite Was gibt's nix von dem? 32, das ist ein Witz, oder? Dass du nicht siehst, was der die ganze Zeit macht Und blind da rumstocherst Naja Ist halt so, was willst du machen? Gibt auch nachher, die geben Also, die empfinde ich als E-Fahrer Und die geben wesentlich mehr Rune So, das haben wir ja entfacht Ähm, uralter, jetzt muss ich gerade nochmal gucken Inventar, uralter, ob ich das stimme, was ich da sage Ja, da haben wir nochmal einen gekriegt Dunkel Dunkel gibt's hier nicht Dunkelsachen gibt's hier nicht Warte mal, bevor wir da jetzt irgendwie den Überblick verlieren Warte mal, da Ich muss erstmal kurz rasten Wie mag ich schön lesen? Ich muss nicht irgendwie übersehen, dass da Melina auftaucht Das mache ich nämlich gerne Weil ich das nicht les Was da steht Okay, da geht's nicht weiter So, Moment, langsam Wer da? Ist er leer, oder was? Ich weiß es jetzt nicht Warte mal, machen wir die Lombe auch Jetzt kommst du auch mal Gibt mal was Er schau in der Läte, sorry, oder? Nee Er hat ein Schild, konnte es euch Ein umgedrehter Blumentopf oder sowas Oder ein halbierter Der hat ein Schild gehabt Hab ich das schon euch gesammelt? Ich weiß es gar nicht Langsam Wow, wow, wow Das wird übel Ich sehe mich da schon in der Gegend rumhüpfen Von Felsbrocken zu Felsbrocken Aha Geht schon los Da ist er über her Da ist ein Balkon Ich glaube, das kriege ich mal Durch die Tür, oder? Au! Ach du Scheiße Bin ich falsch? Falsch abgebogen? Kann natürlich Kann natürlich sein, ne? Ist da raus müssen Oder soll er dürfen Ah ja, da liegt da was Oh! Ach Gott, bin ich hier verschrocken Da läuft Das ganze Ding ist voll mit denen, ne? Warte mal, was der zu so einem Geweihter Blumentopf Nicht viel Wow, da hat er noch Aber die haben so einen komischen Angriff So ein So ein Wie soll ich denn das nennen? Blitzgroßpolzen Okay, brauche ich jetzt momentan nicht da hin Au! Prima, ja Wow, wow, wow Ich muss das Das wird aber noch ein bisschen hoch Wo ist der da? Komm her Die verstehen nur diese Sprache Ja Ja, das glaube ich Da unten steht auch noch einer So, also das wird interessant Da, das kann ich euch lüstern Ich würde das jetzt gerne noch euch sammeln Aber Ich bin schon ein paar Falsche Auf der falschen Pferde Boah, du Sack Ja Gebetbuch Der uralten Drachen Okay Wie weit ist reich dem So Dingsbums Warte mal, noch ein Ding neu ballern So, guck mal Das habe ich gemänt Ach gut, ist mir nicht da auf Stufe 80 Oder was her Die hätten mich verprügelt Die hätten dich verprügelt Ganz schön verprügelt Ja Okay, dann Ist da noch irgendwas irgendwo? Nein, nein, nein Der Große, da muss er doch hingehängt haben Es ist der König von Dor gewesen, oder? König von Von Farum Sieht gut aus, oder? Kriegsbestie So, dann machen wir mal gucken, was wir da machen Geht da noch ein paar Meter raus Ach, da Das trifft sich gut Leucht vorher noch mal Reicht es einfach einen Cut, oder? Okay, dann machen wir einer so Und sehen uns wieder Ich schaue mich da jetzt noch ein bisschen um So, ich will jetzt unser Ariya vom Drachen Und dann mache ich einen Cut Also, dann machen wir weiter Okay, macht's wieder Bis dann